Ja, herzlich willkommen zum Raus aus der alten Matrix, kreiere deine positive Zukunft, Kongress. Wir sind Kirsten und Aran und heute haben wir die liebe Sandra Weber bei uns zu Gast. Und es ist uns eine ganz besonders große Freude. Die Sandra ist Gründerin der Teki Akademie und hat die Teki Methode Entwickle dich in die Welt gebracht. Und mit Teki können wir mit Leichtigkeit eben Traum und Blockaden auflösen und ja so wieder unsere ganzen Konditionierungen und Manipulationen quasi entwickeln, um dadurch eben wieder freier und bewusster unser Leben erleben oder führen zu können. Sandra ist Seminarleiterin, Autorin und macht regelmäßige Podcasts zu aktuellen Themen. Sie ist dem Ruf ihres Herzens gefolgt und lebt aktuell mit ihrer Familie in Südafrika. Herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du heute da bist. Grüß dich. Ich finde es auch schön. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, direkt zum Start. Wir haben ja das Thema Raus aus der alten Matrix. Magst du vielleicht mit uns deinen Matrix-Erwachensmoment teilen, wenn du da einen gehabt hast, wo du irgendwie gemerkt hast, es ist alles doch nicht so, wie es scheint? Gibt es da so einen Punkt in deinem Leben? Ich würde es vielleicht ein bisschen anders nennen, denn dieses Gemerkt haben, dass hier was gehörig schiefläuft, das war schon in der Kindheit. Und dass ich irgendwie anders ticke und anders wahrnehme wie viele andere oder dass die dann nicht drüber reden, das verdrängen. Also im Prinzip, dass es da eine Matrix gibt, wo die Menschen drin hängen, das war mir schon als Kind klar und als Jugendliche. Aber ich hatte tatsächlich dann auch einen Moment, wo ich das größere Ganze begriffen habe. Und das war ein Moment, wo ich eigentlich ein Trauma erlebt habe. Also ich sage immer, zwischen solchen Momenten und Nahtoderfahrungen gibt es eigentlich keine Grenze. Weil wenn du etwas erlebst, was du im Moment überhaupt gar nicht verarbeiten kannst, wo sozusagen dein Ego in dem Moment sterben muss, und wenn es nur für fünf Minuten ist, dann katapultiert es dich raus. Ja, und das war für mich so ein Moment, wo ich, also ich bin in dem Moment eigentlich als Sandra im Wald gelaufen mit einer Freundin, die mir da eben eine Nachricht überbracht hat. Und ich war auf einmal zack draußen aus meinem Körper und ich war irgendwo ganz weit oben, also wie aus dem Universum auf mich runterblickend. Ich habe die Sandra da unten laufen sehen. Also so, weißt du, wie die Menschen es auch von Nahtoderfahrungen erzählen, dass sie da sich dann im Krankenhausbett sehen und alle versuchen, sie zu reanimieren oder so. Es war im Prinzip die gleiche Situation, nur mit einem anderen Grund. Und ich habe mich da unten so laufen sehen und konnte nachvollziehen, warum die Sandra, die da läuft, einen Schmerz hat und warum das für sie schlimm ist. Aber ich habe in dem Moment auch begriffen, ich bin viel mehr als das. Ich bin ein gigantisches, göttliches, multidimensionales Wesen. Wir alle sind das. Wir alle sind Teil eines viel, viel größeren göttlichen Netzwerks. Und ein ganz kleiner Teil von uns hat da jetzt gerade inkarniert, in meinem Fall in die Sandra, die dann dieses und jenes Erlebnis hat und diese und jene Erfahrungen macht. Und ich habe mich so unglaublich eins gefühlt. Ich war so unglaublich angeschlossen in dem Moment an Wissen, Wahrheit, aber vor allem Liebe, Geborgen sein, Wissen, dass alles gut ist. Genau in dem Moment auch, wo gerade mein Leben zusammengebrochen ist, dass alles gut ist. Und ich bin irgendwie wieder in meinen Körper hinein, aber ich war dann auch nicht mehr dieselbe natürlich. Also diese Erfahrung hat mein Bewusstsein für immer erweitert auf die Art und Weise, dass ich weiß, damit können wir uns jederzeit verbinden, mit diesem großen Ganzen, mit diesem reinen Bewusstsein, wo alles Wissen da ist, wo deine Seele ganz genau weiß, was sie ist, wer sie ist, welches Potenzial sie mitbringt und natürlich auch, welcher Lebensweg, was die nächsten Schritte sind, was habe ich mir noch vorgenommen, mit welchen Menschen kann ich eine schöne Wirkkraft zusammen entfalten, was auch immer, das ist einfach da und wir können uns immer damit verbinden. Und das war im Prinzip der Startschuss für mich, tatsächlich tiefer zu forschen, wie können wir diese Verbindung aufrechterhalten, wie können wir immer in diesem Bewusstsein sein, im Hier und Jetzt, in dem Körper der Sandra, aber immer mit diesem erweiterten Bewusstsein. Und so ist Heki dann entstanden, ja, um es wirklich vielen Menschen auf eine spielerisch leichte Art beizubringen, wie kann ich mich zum einen verbinden und zum anderen dann aus diesem erweiterten Bewusstsein heraus auch befreien. Also sehen, wo hakt sich noch, in meinem Fall die kleine Sandra, in Schmerz ein, in ungesunde Partnerschaften oder in Mangel oder was auch immer, wenn ich da oben bin und alles verstehe, also wenn ich dieses erweiterte Bewusstsein habe, dann ist das viel einfacher als aus der kleinen Sandra heraus, die gerade meint, die Welt ist so ungerecht. Wow, toll. Wie viele Jahre ist das jetzt her oder wie lange, dass du diese Erfahrung gemacht hast? Gute 20. Okay, wow. Ja. Da ging es dann recht schnell alles weiter, genau. Und dann war dir quasi auch wieder klar, weshalb du hierher gekommen bist und dass du diese Message einfach auch an die Menschen rausbringen willst, dass sie wieder merken, wer sie wirklich sind. Genau. Also erstmal hatte ich diesen Plan noch nicht. Erstmal ging es wirklich um mich, meine eigene Heilung, mein Leben wieder auf ein glückliches Niveau der Fülle zu bringen. Aber das ging dann so schnell, auf die Art und Weise, dass ich sehr schnell gemerkt habe, jetzt kann ich den anderen helfen. Ja. Und dann wurde das auch immer so gut angenommen, dass es eben inzwischen sehr viele Menschen erreichen darf, glücklicherweise. Lehmen wir denn jetzt in so einer Zeitqualität, wo das für alle auch viel leichter wird? Ja. Weil das hat ja was damit auch mit der Vergangenheit zu tun. Ich glaube, Kali-Yuga hat 2012 aufgehört. Und dann gibt es ja diesen 26.000-Jahre-Zyklus. Und da mal einzusteigen, zu verstehen, dass wir tatsächlich in eine Zeit gehen, wo wir alle aufwachen können, weil es einfach uns auch leichter gemacht wird. Ganz genau. Also du hast es schon gesagt. Wir haben 2012 das finsterste, dunkelste Zeitalter, das Kali-Yuga verlassen und sind jetzt in einer Übergangsphase noch ungefähr bis 2032, wo praktisch die alten Systeme abgebaut, abgerissen werden. Teilweise sanft, teilweise auch sehr laut und staubig und machtvoll und schmerzhaft auch für die Menschen, die die gerne behalten möchten. Und so wie ich das wahrnehme, sind wir 2012 da wirklich durchs Gröbste durch. Aber bis dahin darfst du dann auch noch sich zeigen. Und diejenigen, die jetzt in dieser Zeit einfach sagen, ja, das ist gut so, auch wenn es bedeutet, ich darf flexibler werden, ich darf was verändern oder bei mir rüttelt es dann auch im Leben. Aber die einfach verstehen, wir gehen jetzt in ein lichtvolles Zeitalter rein, wo es wieder um lebensfreundliches Zusammenwirken geht, auf allen Ebenen, egal ob wir von Ernährung sprechen oder Technik oder was auch immer. Die nehmen das an und sobald wir das gut annehmen und ein höheres Ziel haben vor Augen, geht das auch geschmeidig. Während eben diejenigen, die sagen, ich will meine Sicherheit, ich will meine Rente, ich will, dass sich nichts verändert, alles soll so bleiben, wie es ist, die also einfach auch noch stark im Ego stecken, die haben jetzt natürlich mehr Schwierigkeiten. Weil es heißt immer, wir müssen aus dem System aussteigen. Ja, aber das System muss auch aus uns raus. Es wurde ja ganz, ganz tief in uns einprogrammiert. Und da jetzt einfach wieder nach und nach rauszukommen, das ist eben auch ein Prozess. Beim einen geht es schneller, da war eben schon woanders und beim anderen geht es jetzt erst los und dann kann das schon erstmal beängstigend natürlich sein. Absolut, ja. Warum denkst du, das ist so, ja, die einen Menschen merken, was draußen passiert und wachen auf und wollen was ändern und dann gibt es noch ganz viele, die das irgendwie gar nicht sehen wollen? Was meinst du, woran das liegt? Jetzt auch die letzten drei Jahre sind ja dann auch nochmal einige, sage ich mal, ein bisschen wacher geworden, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, also jetzt ist ja das große Ziel vorbei, jetzt ist ja wieder alles wie vorher, wie schön. Was meinst du, woran das liegt? Also der wichtigste Faktor ist der Seelenplan. Also was haben wir uns vorgenommen, wofür sind wir jetzt hier inkarniert, ja? Ja, und es gehören natürlich jetzt alle, ich sag mal, Schauspieler in dieses Bühnenstück rein, ja? Es muss in dieser Phase einfach diejenigen geben, die voll das Neue wollen und nähren und darüber sprechen und aufklären. Ja, es muss die geben, die einfach mitgehen und eine gute Ausrichtung haben und sagen, okay, ich probiere es mal aus. Und es muss eben auch die geben, die zweifeln und hadern und lieber am Alten festhalten. Sonst hätten wir ja gar keine Übergangsphase, dann wäre es ja einfach nur Seite umblättern, neues Kapitel, ja? Und so ist es eben nicht. Und ja, wenn du auf der einen Seite stehst, willst du ja immer, dass die anderen verstehen und zu dir kommen. Aber da gibt es ja immer beide Seiten, die das wollen, ja? Alle denken, dass sie da richtig sind, dass sie es verstanden haben und es sind einfach unterschiedliche Schwingungsebenen. Also auf jeder Ebene gibt es diese Wahrheit ja tatsächlich. Deswegen hat gar niemand Unrecht, sondern wir sehen hier einfach nur unterschiedliche Schwingungsebenen, die aufeinanderprallen. Und wenn wir uns einfach darauf einigen können, zu sagen, okay, auf deiner Ebene ist das die Wahrheit und ich stelle mich da auch nicht drüber, dann haben wir eine gute Basis, überhaupt hier gemeinsam weiterzukommen, ja? Sobald wir denken, wir sind weiter, weil unser Wecker fünf Minuten früher geklingelt hat, geht es eigentlich schon in die falsche Richtung. Dann kommen wir in ungute Diskussionen. Das kennen wir alle, oder? Absolut. Jetzt hast du den Seelenplan angesprochen. Ich meine, wir sind ja jetzt alle nicht zufällig hier. Wir haben uns ja in dieser Zeit inkarniert, weil wir wussten, was kommt. Jetzt habe ich einen Seelenplan oder man spricht von Seelenverträgen auch. Wie kann ich damit umgehen? Wie komme ich da dran, dass ich das erkenne? Was habe ich für einen Seelenplan? Habe ich Seelenverträge abgeschlossen? Und in welcher Zeit kann ich die abarbeiten? Kann ich das beschleunigen? Kann ich das bewusst beeinflussen? Das sind so Themen, die uns auch beschäftigen. Unbedingt. Also du kannst alles beeinflussen, weil du bist ein Schöpferwesen. Und selbst wenn du irgendwann mal gesagt hast, ach, für diese Inkarnation nehme ich mir mal nicht so viel vor. Genau. Und du hast da ein bisschen weniger reingepackt. Kannst du irgendwann in der Mitte deines Lebens schon fertig sein und sagen, okay, ich lade mir noch ein paar Aufgaben mit runter für diese Inkarnation. Und ich habe noch Kapazität. Ja, also das ist nie in Stein gemeißelt. Es ist nicht so, wie unser Verstand funktioniert, der das immer aufteilen will und dann sagt, jetzt bist du da, dann ist fertig. Ja, dann musst du es genauso machen oder du fällst aus dem Spiel. Es ist alles variabel. Aber natürlich haben wir einen Grundgedanken, ja, warum wir hier inkarnieren. Und es sind auch in dieser Zeit tatsächlich auch viele Helferseelen inkarniert. Also die im Prinzip gar nicht mehr hätten inkarnieren müssen, weil sie kein eigenes Karma mehr jetzt irgendwie aus anderen Inkarnationen oder so mitbringen, sondern einfach eben sagen, also auf Seelenebene gesagt haben, okay, da braucht es mich, da braucht es meine Hilfe oder ich kann da was tun, also komme ich nochmal. Und die nehmen sich aber oft auch dann ganz viel familiäres Karma auf. Also die heutigen Kinder, die kommen oft sehr, sehr frei jetzt schon an, ja, so seit 2000. Aber die, die heutigen Erwachsenen sind, die vielleicht als Helferseelen gekommen sind, die hatten es oft sehr, sehr schwierig. Ja, und hatten das Gefühl, mein Gott, muss ich eigentlich für alle Generationen alles aufarbeiten? Das kennen bestimmt einige und dann kommen noch ein paar seelische Themen und so weiter. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die inkarniert haben, um hier einfach zu lernen, zu wachsen, weiterzukommen, ihr Potenzial noch vollkommen zu entfalten. Ja, oder die einfach vielleicht von ihrer Grundschwingung her aufgrund von vergangenen Inkarnationen gar nicht höher kommen können gerade und sich deswegen in solchen Ebenen eben auch nochmal verkörpern, um da gewisse Schritte machen zu können. Es gibt nie sowas, also Karma darf man nicht als Strafe verstehen. Da ist niemand, der da richtet über uns, ja. Das sind immer wir selbst. Und das ist jetzt das Wichtige, was dann auch deine Frage beantwortet. Deswegen können wir immer selbst beeinflussen. Denn immer, wenn wir verstehen, das geschieht mir jetzt gerade nur, weil ich es irgendwann mal erschaffen habe, inkarnationsübergreifend oder auch generationsübergreifend oder auch in diesem Leben, irgendwo habe ich selbst als Schöpferwesen diese Ursache gesetzt, die jetzt Wirkung zeigt. Wenn ich dieses Schöpfersein akzeptiere, dann kann ich in dem Moment die Macht halten, meinen Wirkungskreis halten und kann es verändern. Und dann gibt es kein Karma mehr. Dann ist das in dem Moment erlöst, wo ich begriffen habe. Es kommt sonst nur so lange zu mir, bis ich es endlich begreife. Und dann sprechen wir eben von Karma. Karma bedeutet für mich, das Leben reicht mir die Hand. Zeigt mir, wo ich noch hinschauen darf, wo ich noch nicht in der Liebe bin, wo mich noch etwas triggern kann, wo mich noch etwas aus meiner Mitte werfen kann. Das ist mein Geschenk, in die Mitte zu kommen, wenn ich da hinschaue. Und klar, wir machen das mit Heki, dass wir dann aufräumen, dass wir das dann loslassen. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich liebe Heki so sehr, weil wir alles selber machen können, weil es wirklich spielend einfach in die Schöpferkraft führt. Das, was ich im Prinzip am Anfang erzählt habe, dieses erweiterte Bewusstsein, kann jeder wieder einnehmen. Und wir gehen eben gerade ganz am Anfang, weil du Seelenverträge auch angesprochen hast, in den Bereich hinein ungute Seelenverträge aufzulösen. Und dann kommen wir natürlich auch Stück für Stück, weißt du, wenn wir immer mehr das transformieren, was uns begrenzt, dann kommen wir auch Stück für Stück immer mehr in die Situation, das positive Potenzial, das, was uns jetzt nützt hier auf unserem Weg, auch wirklich zu verwirklichen, auf die Straße zu bringen. Ja, das ist schon spannend, absolut. Wir sind ja auch umgeben von der Vergangenheit, von unseren Ahnenlinien und diese Matrix läuft ja jetzt schon ein paar Generationen lang. Das heißt, unsere Zellen sind ja komplett mit Informationen gefüllt, die uns nicht guttun. Es gibt innere Widerstände, äußere Widerstände, Desinformation, Angst, Zweifel. Das sind die Dinge, wo Heki dann helfen kann, das rauszuschwemmen. Ganz genau. Also im Prinzip hat jeder seine Wegweiser in sich. Nur, dass wir eben nicht gelernt haben, das als Wegweiser zu sehen, sondern wir haben gelernt, uns als Opfer zu fühlen. Ja, und waren auch immer hilflos, weil keiner hat in der Schule oder sonst wo gelernt, wie löse ich denn sowas auf. Jeder hat nur gelernt, ja, wenn du so bist, dann bist du eben ein Schussel oder ein Pechvogel oder falsch oder im Mangel. Und das haben wir eben über viele, viele, wie du sagst, auch Generationen, aber auch eigene Lebensjahre so eingespeichert. Und wenn wir jetzt wieder einfach grundsätzlich annehmen, das Leben ist für mich, das Leben reicht mir die Hand, auch mit Situationen, die mir gerade nicht gefallen, dann nehmen wir schon eine völlig neue Position ein. Und wie gesagt, dann sind wir in der Macht und Kraft, das eben auch zu verändern. Es geht wirklich alles in uns los. Was sagst du im Moment zu den aktuellen Zeitlinien? Wie stellst du, was denkst du, wie wird es in den nächsten acht Jahren oder bis 2032 sich die Welt verändern? Hast du da irgendwelche Infos, die du mit uns teilen magst? Also, wer es ganz ausführlich möchte, wirklich mein Buch Involution lesen. Da steht alles über diesen Aufstiegsprozess, über diese 26.000 Jahre und so weiter drin. Und auch natürlich die Aussichten und was jeder Einzelne tun kann. Das kann man gar nicht so sehr abkürzen für so eine Fünf-Minuten-Frage. Aber grundsätzlich geht alles in Richtung lebensfreundlich. Und wenn wir aufhören, in gut und schlecht zu denken, sondern mehr in lebensfreundlich oder lebensfeindlich, dann haben wir ein super Navigationssystem dadurch. Also, wir können ganz vieles, was wir erleben, wo wir manchmal vielleicht auch hilflos davorstehen und nicht so genau wissen, ja, was soll ich jetzt damit anfangen, so einordnen. Und wenn ich sage, das Lebensfeindliche wird jetzt immer mehr abgebaut, das sind ja auch die alten Systeme. Das ist die Politik, das ist das Finanzsystem, das ist das Erziehungssystem. Natürlich wird es sowas nachher immer noch geben, aber eben in gereinigter, transzendierter, lebensfreundlicher Form. Und da sind wir mitten im Prozess, ja. Natürlich werden sich immer noch Menschen um Kinder kümmern, wird es immer noch Lehrer geben und so weiter, ja. Das ist auch an sich ein schönes Konzept, dass das Kind nicht nur von den Eltern lernt, sondern eben in einer größeren Gemeinschaft. Oder wie auch immer, nicht jeder ist für Selbstanbau geeignet. Also ich mag die Idee, dass andere aber wertschätzend schön Essen anbauen und ich habe was anderes dafür zu geben, ja. Also, dass wir einfach auf allen Ebenen und in allen Unternehmen auch in eine lebensfreundlichere Form kommen, das ist die Hauptaussicht. Und da werden wir bis 2032 eben schon sehr, sehr viel sehen. Also vom Zusammenbruch des Finanzsystems wird ja schon lange gesprochen und irgendwie passiert er dann doch jedes Jahr nicht so richtig, ja. Und so ist es mit vielem anderem auch. Und doch, wenn man dann zurückblicken wird, 2032, wird man sagen, wow, jetzt hat sich aber wirklich was getan. Und das ist jetzt so das Äußere. Natürlich gibt es da auch noch andere Faktoren, wie die Geschichte mit Leben auf anderen Planeten wird auch immer offizieller werden, aber eben nicht auf diese Art und Weise über Hollywood Filme und passt auf, das ist gefährlich, sondern dass wir da auch wieder in einen lebensfreundlichen Kontakt kommen, der eigentlich schon längst möglich wäre, wenn da nicht bestimmte Kräfte einfach das Ganze immer wieder ins Lächerliche oder Kriegerische ziehen würden. Und in uns Menschen wird sich am meisten tun letztlich, ja, weil wir im Prinzip die Matrix sind. Wir sind die Welt, ja. Wir sind das, was hier alles formt und Gestalt gibt und das Miteinander kreiert. Das sind wir Schöpferwesen und deswegen muss es in uns beginnen. Also die Menschen werden schon noch mehr aufwachen, definitiv. Schon alleine auch durch gewisse Einflüsse, die auch schon lange messbar sind, wie zum Beispiel die Radiofrequenz der 150 Megahertz, die aus dem Universum gemessen wird, die immer stärker auf unserer Erde eintrifft, auch durch das sich abschwächende Magnetfeld. Und die 150 Megahertz sind die Resonanzfrequenz unserer DNS. Das heißt, jeder ist eingeladen, seine DNS-Strenge nach und nach zu aktivieren. Wir machen das mit Teki alles auf einmal, das geht dann schneller. So kannst du eine Abkürzung nehmen, aber es geht eben auch auf diesem Weg für alle, die sich dafür öffnen. Und hier haben wir eben auch noch einen wichtigen Punkt drin, warum es bei manchen nicht funktioniert. Das sind vor allem die, die es wirklich auch nicht wollen. Die zum Beispiel in ihrem Seelenplan haben oder einfach auf Seelenebene sehen, ich möchte noch ein bisschen in der Matrix sein, ich möchte noch ein bisschen Krieg spielen und Konkurrenz erfahren und Leid erfahren und ich weiß noch gar nicht, was eine Krankheit ist. Ich muss das alles mal noch durchmachen können. Das hört sich für uns Menschen verrückt an, sowas zu wählen, aber auf Seelenebene wählen wir das durchaus auch, weil es da hauptsächlich um Erfahrungen geht. Und diese Menschen gehen natürlich dann auch in Resonanz mit Angeboten, die die DNS auf eine Schwingung bringen, dass sie nicht mehr mit den 150 Megahertz korrespondieren kann. Also diese Schwingung, die im Prinzip alle Menschen auf eine ganz natürliche, lebensfreundliche Art jetzt einlädt, ihr Bewusstsein zu erweitern, ihr Potenzial zu erweitern und wirklich voll und ganz da zu sein, geht bei manchen Menschen nicht mehr, weil sie ihre DNS verändert haben. Ganz subtil. Also ich weiß nicht, ob man das unter dem Mikroskop sehen kann, aber es ist eine Schwingung, die verändert wird und dann geht das nicht mehr zusammen. Wir leben jetzt in einer relativ tiefen Schwingung, 3D nennen wir das ja. Man sagt immer, man geht von 3D auf 5D. Was ist 5D? Warum überspringen wir 4D auf einmal? Und ist 5D nur eine andere Schwingungsfrequenz? Ist es eine andere Welt? Wir überspringen das nicht. Also das ist natürlich unglaublich komplex, aber um es ganz einfach zu erklären, 3D ist diese Welt der Systeme. Da bist du voll drin in der Matrix und du glaubst auch, dass es nichts gibt. Also du merkst gar nicht, dass du in der Matrix bist. Du hinterfragst es auch nicht. Das ist normal, das ist das Leben. Du bist dieser Körper und dieses Gehirn von der Seele. Weiß nicht, hört man vielleicht mal in der Kirche, aber ist nicht wirklich relevant für dieses Leben. Das ist die 3D-Matrix. Da haben sich ganz viele Menschen schon rausentwickelt. 4D ist dann die Ebene, wo wir, stell dir das vor wie eine Treppe. Du kannst immer deine Ebene überblicken und die letzte, aber nicht die nächste. 4D ist eine Treppenstufe weiter. Du fängst an zu hinterfragen. Du merkst, hier stimmt aber einiges nicht. Was ist denn da los? Was erzählen die uns denn? Das ist doch gar nicht so. Die machen uns doch krank. Das sind doch lebensfeindliche Systeme. Du willst was verändern. Du merkst auch, dass es in dir Veränderung braucht. Dass du selber was machen musst. Aber du hast noch nicht alle Lösungen. Du hast aber schon dein Bewusstsein so erweitert, dass du weißt, du kannst außerhalb der Matrix denken. Schöne Erklärung, ja. Und damit wird auch die Zeitqualität verändert. Also in dem Moment, wo wir auf dieser 4D-Ebene sind, sehen wir auch, ich kann vorwärts und rückwärts in der Zeit wirken. Ich kann zum Beispiel im Jetzt mich positiv auf ein Ereignis morgen einstellen, dann läuft es besser, als wenn ich mich negativ einstelle. Ich kann jetzt, heute, wenn mich etwas triggert, ein Trauma aus der Vergangenheit auflösen und mir geht es jetzt, heute besser. Also merke ich, ich kann zeitübergreifend wirken. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung der 4D. Und 5D bedeutet, jetzt habe ich auch die Lösungen gefunden und setze sie um. Und dann sind wir natürlich ganz schnell, Entschuldige, in der Liebe, im Frieden und gehen völlig anders miteinander um. Weil wenn wir mal verstanden haben, dass es nie der andere ist, sondern immer wir, wem sollen wir dann noch was vorwerfen, mit wem sollen wir dann noch, an wen sollen wir noch die Verantwortung für unser Leben abgeben. Es bedeutet nicht, dass in 5D alles immer glatt läuft. Aber es bedeutet, wir sind in der Eigenmacht, in der Selbstverantwortung und in einer grundsätzlich liebevollen und lebensfreundlichen Haltung. Schön. Du hattest vorhin noch von Krankheiten gesprochen. Das gehört ja dann auch dazu, wie gehe ich mit Krankheiten um? Woher kommen sie? Und fühle ich mich krank? Gehe ich in die Opferrolle? Oder hinterfrage ich, warum bin ich krank? Was macht Krankheit mit mir? Was ist das überhaupt? Und die Selbstheilungskräfte? Ich glaube, du hast dich auch selbst von einer Krankheit geheilt, Hashimoto. Das können wir eigentlich alle. Genau. Und du musst nicht mal den Fokus auf das Heilen der Krankheit legen. Musst du nicht. Es geht eigentlich immer nur darum, dass deine Seele irgendwie mit dir kommuniziert und das eben teilweise auch durch den Körper macht. Weil du sie vielleicht schon so lange nicht mehr angehört hast, dass es sich immer weiter verdichtet hat und irgendwann über den Körper spricht. Und da haben wir verschiedene Zugänge. Also wir können über das körperliche Symptom reingehen und gucken, okay, was sagt mir das denn, wenn meine rechte Schulter wehtut? Lade ich mir da vielleicht zu viel auf? Warum ist da jetzt noch eine Entzündung drin? Bin ich da vielleicht auch noch wütend auf andere? Weil ich glaube, dass ich für alle alles erledigen muss. Wie auch immer. Naja, so kann sich das zeigen. Oder die Bandscheiben, die dann von den männlichen, harten Elementen zermalmt werden. Also ich lebe das Weibliche nicht. Das Weiche. Also wir können da viel mit Körperlesen machen, was wir auch mit Tiki ganz viel machen. Und so natürlich auf Blockaden kommen. Warum tue ich das denn? Warum lebe ich das Weibliche nicht? Warum lade ich mir zu viel auf? Glaube ich vielleicht sonst nicht geliebt zu sein? Habe ich einen Konflikt mit meiner Mutter? Was auch immer. Das können wir denn alles schön aufspüren und transformieren. Es geht aber auch ganz oft einfach um die Alltagssituationen. Also dass wir gar nicht so sehr immer nur die körperlichen Symptome verfolgen sollten, sondern auch gucken, was ärgert mich denn im Alltag? Wo werde ich wütend? Wo knipst es mich aus? Habe ich auf einmal keine Energie mehr? Welcher Mensch kann mich auf die Palme treiben? Wo fühle ich mich absolut hilflos und machtlos? Und wenn wir diese Themen nach und nach bearbeiten, dann hat der Körper schon gar keinen Grund mehr, was zu melden. Weißt du, wenn du es schon in der feineren Frequenz abfängst und bearbeitest, statt immer wegzudrücken, dann geht es gar nie in die Verdichtung. Und dann wirst du einfach auch nicht mehr krank. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, im Endeffekt ist es so einfach. Wenn man das weiß, ist es tatsächlich einfach. Ja. Absolut. Ja, und eben auch einen gewissen Weg dann gegangen ist, zu sehen, okay, jetzt habe ich wirklich diese Ebene erreicht, wo eben die körperlichen Symptome weg sind, wo ich geheilt bin. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, sei immer ganz ehrlich mit dir selbst. Sei wirklich wahrhaftig mit dir selbst. Schieb nichts den anderen zu. Bleib bei dir. Schau bei dir, triff deine eigenen Entscheidungen, löse deine eigenen Themen und dann bleibst du gesund, dann hältst du dieses Niveau. Und irgendwann ist auch das nicht mehr relevant. Da musst du auch nicht mehr dich um diese Themen kümmern, sondern da guckst du dann eher in die weltlichen Themen und sagst, okay, wo kann ich da noch vielleicht meine Fähigkeiten einsetzen? Ich hätte noch mal eine Frage zum, ja, für die Menschen, die jetzt hierher gekommen sind, die vielleicht gar nicht mehr sich nicht mehr an ihren Seelenplan erinnern können. Hast du da ein paar Tipps? Wie finde ich wieder auf diesen Weg zurück? Genau, wie komme ich da wieder hin, dass ich wirklich weiß, was ist hier meine Aufgabe? Aber weshalb bin ich wieder auf die Erde gekommen? Also zum einen ist es natürlich, da gibt es mehrere Wege. Also ein Weg ist immer ganz wichtig, aufräumen. Weil diese ganzen Ego-Schichten aus Ängsten, Sicherheiten, Versicherungen, Angst vor Ablehnung, deswegen mitmachen, obwohl man es nicht will, die ganzen Ängste, alles, das steht zwischen mir und meinem Seelenplan. Ich kann es dann nicht hören, ich kann es nicht empfangen, da sind zu viele Schichten dazwischen. Und je mehr ich da aufräume, umso klarer kommt es einfach durch. Ich empfehle den Menschen aber auch immer, die gerade so anfangen, zum einen erinnere dich mal, was du als Kind wolltest. Was hat dir da Freude gemacht? Von was hast du immer erzählt? Was hattest du vielleicht für Träume? Träume, auch wenn du erwachsen sein wirst, wie du sein möchtest, was du sein möchtest, wie du leben möchtest, kann das vielleicht nochmal ein Anschlusspunkt sein, da nochmal dich zu verbinden und zu gucken, das wäre eigentlich immer noch mein Traum, warum bin ich denn da so abgetrifftet und wie kann ich da wieder anknüpfen? Und überhaupt mehr in dieses kindliche, spielerische wieder reinzugehen. Also wir sind manchmal ein bisschen überfordert mit gleich, ich verbinde mich jetzt und dann frage ich meinen Seelenplan ab. Also das können oft auch die Profis noch nicht. Zum einen, weil wir es auch nicht immer alles wissen sollen. Manchmal ist es gut, wenn wir nur die nächsten paar Schritte wissen und nicht gleich das große Ganze, da würden wir vielleicht noch davonlaufen. Ja, manchmal ist es gut, in Etappen vorzugehen. Aber auch, ja, so im Alltag kannst du es auch einüben, weißt du? Du kannst einfach mal auf deine innere Stimme hören und Wahrhaftigkeit üben. Und wenn du nur das Gefühl hast, heute soll ich in den Wald gehen, dann geh doch und lass es dir nicht gleich von deinem Verstand zersetzen, ja, aber heute ist kalt und eigentlich wollte ich einkaufen gehen. So macht es das Ego immer, weil es keine Veränderungen mag, weil es die Seele nicht durchkommen lassen mag. Das könnte gefährlich sein. Und das Ego darf einfach langsam, aber sicher lernen, hey, du darfst mit dabei sein, aber du stehst im Dienste der Seele, das Verhältnis müssen wir neu ordnen und dann passt es auch wieder. Also, oder wenn du eine Verabredung nicht einhalten möchtest, dann sag sie ab, sag sie ehrlich ab, schieb keine Krankheit vor. Sag ganz ehrlich, du, mir ist einfach nicht danach. Und dann merken wir doch oft, dass diese Synchronicitäten eintreffen, oder? Dass der andere sagt, du, ganz ehrlich, ich hatte auch überhaupt keine Lust heute, aber ich wollte nicht absagen oder so, ja? Und beide sind froh. Also, immer mehr sich selber laufen lassen. Darum geht es eigentlich nicht immer vom Verstand wieder abhalten, sondern was will ich jetzt tun? Was will ich jetzt sein? Was will ich jetzt gerade sagen diesen Menschen? Manchmal sind es ja auch so Impulse. Also ein ganz totales Alltagsbeispiel. Ich hatte vorgestern, vorvorgestern in einem Laden so einen Hobel, so eine Reibe in der Hand. Wollte ich noch nie kaufen. Und an dem Tag habe ich das so hochgehoben, habe mir das angeschaut, habe mir gedacht, so irgendwie ein tolles Teil, Edelstahl. So was hast du noch gar nicht. Vielleicht solltest du dir das auch mal anschaffen. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich dachte, wir essen ja kein Käse, so viel muss ich nicht hobeln. Ich bin wieder zurückgestellt. Also mein Verstand hat gewonnen, oder? Ja. So. Und dann gleich einen Tag später hatten wir Besuch mit Kindern. Wir haben hier einen Pizzaofen in Kapstadt im Garten. Die wollten Pizza machen. Es gab keinen Reibekäse. Also mussten wir Käse reiben. Was hat gefehlt? Ja. Es ist eine totale Kleinigkeit, aber an sowas lernen wir im Alltag. Ah, schau mal, da war die Intuition da. Ja, ich habe nicht darauf gehört. Jetzt könnte ich es brauchen. Ja, stimmt. Und das wird dann immer größer. Wir lernen immer mehr, aus Kleinigkeiten zu wachsen und auf größere Dinge dann auch zu vertrauen. Und irgendwann ist das Größere vielleicht, hey, du machst jetzt das GZ nicht mehr mit oder du wanderst jetzt aus oder was auch immer. Du kündigst jetzt alle deine Versicherungen und legst es in Gold an oder was auch immer, wo vielleicht die ganze Familie aufschreit und sagt, bist du jetzt wahnsinnig? Ja, aber weil es dir dein inneres Gefühl sagt, machst du es. Du weißt, dass es richtig ist, auch wenn du es nicht erklären kannst. Und das macht uns enorm effektiv. Also wir werden dadurch unglaublich zeiteffizient auch, weil wir gar nicht mehr überlegen müssen. Wir müssen es auch nicht erklären, wir müssen es auch nicht diskutieren, wir müssen gar nichts. Zack, es kommt rein, du machst es. Das ist perfekt. Ja, mir kam gerade nur, wie traurig es eigentlich ist, dass man durch diese ganzen Manipulationen im Außen so von seinem Seelenplan abgehalten wird. Nur so von klein auf durch diese ganzen Konditionierungen, dass man gar nicht mehr in sich reinfühlt, was will man eigentlich selbst, sondern ach, ich muss das jetzt noch machen, das wird erwartet und in der Schule muss ich mich so und so verhalten. Das ist eigentlich, alles läuft so drauf hinaus, dass man seinen Weg gar nicht finden kann. Genau. Und wie viele Künstler haben einfach gesagt, oh, ich will Maler werden oder Köchin. Und dann kam irgendjemand und hat gesagt, da verdienst du doch kein Geld, lern doch was Gescheites, das erst mal studieren und zack, bumm, ist es irgendwo nach hinten gefallen. Aber vielleicht wäre es ja gerade das gewesen. Absolut, ja. Was bis ans Lebensende Freude und Erfolg bringt, ja, weil es im Seelenplan steht. Und dann klappt es vielleicht bei 100 anderen nicht. Die malen vielleicht Bilder und es kauft kein Mensch, aber wenn es in deinem Seelenplan drin steht, dann bist du eben dann auch erfolgreich. Ja, dann ist die Zeit, in der wir jetzt leben, diese Achtsamkeit für sich und die Selbstverantwortung übernehmen und viele Leute betrachten einen dann ja auch und die fragen dann, wie machst du das? Und wenn man dann sagt, ich meditiere halt mal eine halbe Stunde, ich gucke mal nach innen und dann wussten die schon sagen, wann soll ich das denn noch machen? Ja, die sehen gar nicht ein, dass man sich mal Zeit nehmen kann und darf und wenn es nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde am Tag ist, um nach innen zu gucken. Und wie du sagst, wenn man das macht, wird man zeiteffektiver, weil alles schneller läuft, aber die Leute da hinzubringen ist, oder es ist nicht einfach für die Leute überhaupt da hinzugucken anscheinend. Genau. Und da gibt es ganz schöne auch Berechnungen, wenn jeder das tut, was er wirklich von Herzen gerne tut, dann reicht das vollkommen aus, wenn er das in einer Gemeinschaft, wo alle das so tun, also in einer Welt, wo das alle so tun, reicht das vollkommen, wenn du das zwei, drei Stunden machst. Ich weiß nicht mal mehr, war das am Tag oder in der Woche? Bin ich nicht mal da sicher. Aber weißt du, dann musst du auch gar nicht, sondern du machst das mit Freude und jeder hat doch das schon mal erlebt, behaupte ich jetzt einfach mal, in irgendwas total aufgegangen zu sein. Dir fällt nach Stunden auf, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich brauchte nichts zum Essen, mir hat nichts gefehlt, ich war total aufgegangen in dieser Tätigkeit oder in dieser Musik oder was auch immer. Jeder hat so etwas, was ihn total erfüllt und außerhalb von Zeit und Raum dann praktisch auch erreicht. Und diese Dinge, die dürfen wir verfolgen. und da immer mehr eintauchen und eben nicht, wie du sagst, denken, wann soll ich denn das noch machen, sondern vielleicht sagen, wenn ich das kultiviere, wenn ich das wieder wirklich aus mir raushole, dann muss ich vielleicht bald gar nichts anderes mehr machen, was mir keine Freude macht. Ja, das wäre schön. Ja, absolut. Aber in die Richtung gehen wir ja. In die Richtung gehen wir definitiv. Hast du sonst noch einen Tipp für den Zuschauer, der sagt, okay, ich habe die Matrix jetzt verstanden, da will ich jetzt raus, ich bin so ein bisschen aufgewacht in den letzten Jahren, ich merke, hier läuft alles schief. Was kann ich jetzt konkret noch machen, um meine eigene Zukunft ja positiv wirklich zu kreieren, dass ich glücklich werde und auch dazu beitragen, dass, wenn diese neue Welt kommen, überall rein wollen. Das ist natürlich auch sehr vielschichtig. Also zum einen geht es wirklich darum, erst mal bei sich selber anzukommen. Das darf gerne mit anderen zusammen sein und das heißt nicht, wir müssen jetzt drei Jahre lang im stillen Kämmerchen sitzen und uns nur um uns kümmern. Das können wir in unserem Leben tun. Aber was ich beobachte, gerade in den letzten dreieinhalb Jahren, nee, vier sind es schon, oder? Mein Gott. Dass viele in so einen Tatendrang kommen, ich will jetzt für die neue Welt was Tolles machen und erschaffen und es alles am Ende eigentlich nicht gut ausgeht. weil sie doch noch die alte Matrix reinbringen in diese Projekte, weil sie selber noch nicht befreit sind und die anderen auch nicht und dann gründet man einen Verein oder eine Partei oder eine, keine Ahnung, Schulgemeinschaft und merkt dann wieder direkt mich auf, der will es anders machen als ich und so weiter, weil man seine eigenen inneren Begrenzungen noch nicht gelöst hat. Und daran scheitern die letzten Jahre ganz viele Projekte, die sich eigentlich ganz toll angehört haben, weil es keine echte Wirkkraft ist, die da generiert wird. Und dann verpufft die Energie wieder, die man da eigentlich reingibt. Viel wichtiger ist, erstmal bei sich zu gucken, was will ich genau? Wie möchte ich leben? Wer will ich sein in der neuen Welt? Was trennt mich davon noch? Was hält mich ab? Ja, also wirklich, es gibt so dieses Zitat, ich weiß gar nicht mehr von wem, wenn du vor deinen Träumen keine Angst hast, dann sind sie zu klein. Ja. Also wir dürfen ruhig auch ein bisschen bei unseren Vorstellungen ein bisschen über uns selbst hinausgehen, ein bisschen größer denken und dann vielleicht, puh, das ist aber groß, aber ja, doch, so darf es sein, so möchte ich es haben, warum denn eigentlich nicht? Ja. Und dann ist es wirklich ganz individuell, was jeder daraus macht. Ja, der eine merkt, ich fühle mich schuldig, wenn ich mir so ein schönes Leben kreiere. Mit Tilki gucken wir dann, zack, wo ist das Urtrauma dafür, dich schuldig zu fühlen, wenn es dir gut gehen soll. Was soll denn der Quatsch? Guck hin, wo ist das Urereignis, ist das in der einen Linie, ist das in einer anderen Inkarnation, ist das in deiner Kindheit, wo auch immer, transformiere es und jetzt träum noch mal größer. Ja. Und so kann jeder gucken, was triggert mich da noch, was hält mich noch, ja. Manchmal merken wir es auch daran, dass wir es anderen nicht gönnen, dass wir selber noch im Mangel sind. Das sind dann die anderen und die leben schon so, wie wir es gerne hätten. Die sind schon, keine Ahnung, so gesund, so in der Fülle, so glücklich, so was auch immer. Und dann regen die uns auf, oder? Ja. Aber ich könnte mir die so schön als Beispiel nehmen und wir haben dies geschafft und hinterfragen. Genau. Also einfach wirklich, nimm es als Inspiration, auch wenn es dich aufregt. Es ist trotzdem nicht der andere. Es ist ein unerlöster Teil in dir, der gesehen werden möchte und erlöst werden möchte, damit du das auch verwirklichen kannst. Auf deine ganz eigene Art und Weise, ohne so zu sein wie die anderen. Du bist du, ja? Aber, ja, so können wir diese Themen einfach angehen. Egal, ob es Gesundheit ist, egal, ob es glückliche Beziehungen sind, egal, ob es unser Wirken in der neuen Welt ist, nach Seelenplan, ja? Es ist ganz egal. Es geht immer darum, stell es dir vor, manifestiere es sozusagen, wie du da leben möchtest, wie die Welt um dich herum sich gestaltet, wie die Menschen um dich herum drauf sind und beobachte dich dabei. Und alles, was da noch nicht rund ist, wo du dich nicht voll reinfallen lassen kannst, sondern wo du merkst, das nehme ich mir noch nicht ab oder da zwickt noch was, da kannst du wieder schauen, wo ist der Ursprung. Das Türchen wieder aufmachen, gucken und wieder elegant schließen und weitermachen. Ja, sehr schön. Das ist das Zusammenspiel zwischen den Bildern, ich bringe meinen Film und den Gefühlen dazu. Und dann darf ich Wunder erwarten. Ja, absolut. Also manifestieren ist immer die eine Sache, ja, das will auch gelernt sein, wie verbinde ich mich da, wie richte ich mich wirklich gut aus, wie stelle ich wirklich mein inneres Navi auf mein Ziel ein, weil viele Menschen wissen ja eher, was sie nicht wollen. Ich will keinen Krieg mehr. Das ist nicht das Gleiche, wie ich lebe im Frieden. Ja, nur kein Krieg ist nicht Frieden. Ja, ich glaube, das ist das. Also da gibt es noch viel Feintuning einfach zu tun. Ja, ich glaube, das ist dann noch so für viele so eine Hürde, dass man einfach schaut, das Neue, das kenne ich ja noch gar nicht, das ist so wie vielleicht man jetzt sagt, okay, ich will eine neue Partei gründen, weil ich will was ändern, aber vielleicht einen Schritt weiter zu denken, dass dieses ganze Parteiensystem noch alte Matrix ist und dass man dann was ganz Neues, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hürde, da muss ich gerade an die unendliche Geschichte denken, wo man dann am Ende dieses sich Wünschen, das Neue kreieren, was eben noch nicht da ist, dass man sich da, dass man da einfach einen Schritt weiter gehen muss, oder so weiter. Genau, so sehe ich das auch. Also gerade dieses Beispiel, eine Partei gründen, die dann was Besseres will, oder ja, die Menschen sagen dann auch oft, ich gehe in eine Partei, obwohl ich weiß, dass das ganze Parteiensystem zusammenbrechen muss, aber ich will es von innen heraus unterwandern sozusagen und sprengen. Aber bei den meisten hat es ja noch nicht funktioniert. Also mein Weg ist tatsächlich auch vielmehr der zu sagen, ich ignoriere das einfach weitestgehend. Also solange mich da nichts irgendwie berührt, ich ärgere mich da nicht mehr drüber. Die Zeiten sind vorbei, die können da machen, was sie wollen, sondern ich gebe meine ganze Energie, meine ganze Wirkkraft in positive Projekte, in die Liebe, in den Frieden, in die neue Welt. Dann glaube ich, dass wir da mehr damit erreichen tatsächlich, vor allem, wenn wir das mit geballter Ladung tun. Ja, das ist ja das, woran nähern wir uns, wohin gehen wir überhaupt unserer Energie und die ganzen Menschen, die sich über das aufregen, was hier passiert, Desinformation, Krieg, Covid und CO2, Klima. Und damit nähern wir dieses System. Genau. Da geht ja die Energie in die falsche Richtung. Wenn ich da rausgehe und wie du sagst, das ist immer schön, wenn man sagt, ich ignoriere das, das machen wir ja auch und sagen, wir gehen von uns aus, von innen nach außen, dann lebt man in einer anderen Welt. Und dann ist aber auch ein ganz schmaler Grad und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das noch sagen zum richtigen Verständnis. Es geht nicht um schön färben, schön reden oder ja, ich ignoriere das, aber eigentlich ärgert es mich, weil dann nähere ich es trotzdem. Sondern es muss wahrhaftig sein. Solange es mich ärgert, sollte ich mich lieber damit beschäftigen, was ist das in mir oder eigentlich ist es gar nicht so sehr ärgern, es ist eigentlich ängstigen. Die meisten Menschen sind geängstigt, weil sie sagen, wie geht das weiter? Habe ich überhaupt noch eine Rente? Habe ich eine Zukunft? Wie werden unsere Kinder leben? Und so weiter. Und das zeigt sich dann oft in Ärger, aber der Ursprung ist ja immer Angst. Und wenn wir da hingehen und wirklich sagen, was sind das für Ängste? Vielleicht haben meine Großeltern da ein Trauma. Die haben alles verloren im Krieg oder was auch immer. Und deswegen sitzt es bei mir so tief, dass ich jetzt wieder Angst habe, alles zu verlieren. Kann ich dieses Familientrauma transformieren und merken, okay, jetzt ist mir leichter, im Vertrauen zu sein. Und dann können wir auch leichter ignorieren, also wahrhaftig ignorieren, weil ich einfach, also bei mir ist es wirklich so inzwischen, dass ich sage, ich kann das Kasperlet-Theater nicht mehr mehr kommentieren. Ich kann es nicht mal mehr kommentieren. Es ist einfach gar keine Energie wert. Es ist noch ein Schauspiel wie einer von hundert möglichen Sendern, die ich im Fernseher drücken kann. Muss ich nicht drücken. Ich kann ganz viele andere Dinge wählen. Manchmal wundert man sich noch, was da so alle auspacken. Und damit ist aber auch gut. Ja, genau. Vielleicht kannst du ja dann nochmal sagen, mit der Teki-Akademie, mit deinen Tools, die du hast, was du alles für die Menschen anbieten kannst, um eben an diese Themen ranzukommen. Was kann Teki bieten? Ja, also Teki ist im Prinzip ein ganz, ganz umfassendes Seminarsystem. Also da sind Gesundheit. Alle Themen drin, wirklich alle. Ich habe nur nirgends irgendwas gefunden, was nicht in Teki mit drin ist, was du nicht mit Teki machen kannst. Aber es geht am Anfang ganz klar darum, lerne erst mal, wie du dich mit dem göttlichen Bewusstsein vollkommen verbindest. Wissenschaftlich gesehen bedeutet das, dein Gehirn kommt in die Theta-Wellen, wodurch du Zugriff auf dein Unterbewusstsein hast und auch auf das Unterbewusstsein anderer, die gerne von dir behandelt werden möchten. Das heißt, du kommst wirklich an Inhalte ran, die in normalen Meditationen verschlossen bleiben. Und das ist der große Unterschied zur normalen Meditation im Prinzip, dass wir eins tiefer gehen oder eins erweiterter, wie auch immer wir es nennen wollen, und an diese unbewussten Inhalte rankommen und die verändern können. Und da haben wir das Zellbewusstsein, da haben wir unsere Seelenerinnerungen, unser Potenzial, unsere Blockaden, alles ist da einfach. Und dann kannst du im Prinzip wie aus dem Sandkasten, nimmst du die Klumpen raus und das verrostete Spielzeug und alles, was Schönes, lässt du drin. So kann man es grob sagen. Und das ist TK1, wo man das einfach lernt, die Basis. Und dann gibt es unglaublich viele Tools, also die Ahnenlinie wirklich aufzuräumen, Traumen zu transformieren, aber natürlich auch Potenzial wieder reinzuholen, das da noch brach liegt, die Telegonie aufzulösen. Also, ich erkläre das jetzt nicht alles, das sprengt den Rahmen. Wir haben das Seelenkraftseminar, wo es dann in diesen Seelenbereich reingeht, Dualseele, Kommunikation mit der geistigen Familie, mit der Seelenfamilie, mit unserem geistigen Team, Seelenplan natürlich abfragen und so weiter. Wir haben ein Partnerschaftsseminar Herzenskraft, das man alleine oder in Partnerschaft machen kann, einfach um ein schöneres, liebevolleres Feld zu kreieren für sich selbst in Sachen Partnerschaft, Sexualität, aber natürlich auch Selbstliebe und allem, was da so dranhängt. Wir haben Dimensionswechsel, da geht es um den Aufstiegsprozess mit ganz vielen Aktivierungen. Kirsten, hilf mir, was haben wir denn noch? Das Hashimoto-Seminar hast du noch gar nicht geblieben, das ist vielleicht auch für den Namen. Stimmt, Hashi, adieu. Hashi. Tschüss, Hashimoto. Genau, da habe ich meine eigene Hashimoto geheilt vor einigen Jahren und es hat jetzt schon ganz vielen Menschen geholfen, ihre auch zu heilen. Es ist aber tatsächlich nicht nur für Hashis, sondern jeder, der eine Autoimmunerkrankung oder Schilddrüsenerkrankung hat oder den sie einfach ruft, findet da ganz viel Hilfe bei diesem Seminar, das dann wirklich tief in den körperlichen Bereich reingeht. Und ja, und in diesen Seminaren machen wir auch viel, also auch in TK2 zum Beispiel, dann nachdem so grundsätzlich aufgeräumt wurde, alte Verträge und so weiter, was wir alles in TK1 schon machen, geht es dann um Aktivierung, um ganz grundlegende Aktivierung, also die uns wirklich auch gleich in neue Realitäten katapultieren kann, also zum Beispiel die DNS-Aktivierung. Aktivierung der Zirbeldrüse, das Torusfeld und eben auch die ganze Gestaltung meines Lebens, so wie ich es gerne haben möchte, darauf zielt alles ab. Also TK ist kurz gesagt Freiheit. Es geht um Freiheit. Und was ich nicht so schön finde. Du wirst nichts, Entschuldige, noch ein Satz, du wirst zu nichts, was du nicht bist, weißt du, da wird dir nichts Fremdes übergestülpt, sondern ganz im Gegenteil, du wirst befreit von allem, was du nicht bist, um immer mehr dein wahres Selbst wirklich zu leben. Und das ist natürlich das, worum es hier auch in diesem Kongress geht, oder? Raus aus der alten Matrix. Und ich glaube, wir müssen auch gar nicht so viel lernen, sondern es ist schon alles da, wir müssen es nur wieder freilegen. Genau. Das ist der große Unterschied, das muss gar nicht so anstrengend werden. Genau. Es ist alles da. Es ist in uns und wir greifen auf alles Wissen zu, wenn wir frei sind. Ja, und ich wollte noch sagen, was ich so schön und alltagstauglich auch einfach finde. Man kann halt, irgendwann merkt man vielleicht, mich triggert jetzt gerade was und dann kann ich einfach da, wo ich bin und auch wenn ich irgendwo unter Menschen bin, einfach sagen, jetzt mache ich gerade Tegi, löst es auf und ich muss mich nicht erstmal irgendwie überlegen, habe ich heute Abend eine Stunde Zeit, lege mich auf die Couch, mache meine Meditation. Ich kann es eigentlich jederzeit machen, wo ich bin unterwegs und das finde ich halt einfach so schön. Du kannst es dich einfach selber beobachten und schauen, okay, jetzt habe ich hier gerade irgendwo ein Thema und kann da direkt drangehen. Ganz genau. Wo ich es wieder vergessen habe auch zum Beispiel. Danke. Das ist auch ganz wichtig, ja. Wir brauchen nicht unser Meditationseck. Das dürfen wir auch nutzen, aber es geht wirklich darum, im Alltag, in jeder Situation wieder Schöpfer sein. Und die Kinderseminare darfst du vielleicht noch erwähnen, weil das finde ich auch so toll, weil wir sind in den Schulen so manipuliert und dass du das für Kinder eben auch schon anbietest. Wie geht das für die Kleinen und auch für die Teens? Also das, danke, ja. Das ist ganz großartig. Wir haben einfach gemerkt, es passiert ja schon ab Schule so viel. Wir können zwar alles wieder aufräumen, aber viel schöner ist es ja, wenn wir es gar nicht aufräumen müssen, weil es erst gar nicht geschieht. Und so haben wir einfach beschlossen, schon bei den Kindern zu beginnen. Also ich sage mal, so ab sieben funktioniert es. Vorher sind sie noch im Energiesystem der Mutter eingebunden, dann läuft es besser über die Mutter. Ja, aber, also dass die Mutter an sich arbeitet oder dass man in Einzelsitzungen mit der Mutter arbeitet. Aber ab da praktisch läuft es toll und es ist so wundervoll, den Kindern zuzuschauen, die viel schneller sind. Und die das, wir hatten noch nicht ein Kind, das es hinterfragt hat. Also das gesagt hat, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon in der Quelle bin. Auf so eine Idee kommen die gar nicht, ja. Das gibt es nur bei Erwachsenen, dass da immer wieder jemand kommt und sagt, woran merke ich denn das jetzt genau? Ich weiß gar nicht, ob es schon funktioniert hat und so, ja. Der zweifelnde Verstand, der immer alles zerpflückt. Und die Kinder, die machen es einfach. Die sind drin. Die wissen ja noch gar nicht, dass es nicht geht. Und deswegen, ja, es ist fantastisch auch, was die dann untereinander machen, was die in Zweierübungen aneinander wahrnehmen. Und das machen wir eben dann ab 13 in ein bisschen umfangreicherer Form für die Teens. Es geht im Prinzip immer um ein abgespecktes TK1-Seminar altersgerecht. Ja. Ja, wunderbar. Ja, das habe ich gerade total verloren in der Freude. Das ist schön. Ja, schön. Und deine Kinder nutzen es wahrscheinlich auch ganz häufig, oder? Es geht so tatsächlich. Also ich kenne Kinder, die viel, viel mehr TK machen als meine Kinder tatsächlich. was natürlich einfach daran liegt, dass es für sie ganz normal ist. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie schon alleine durch ein positives Ausrichten ihrer Gedanken theoretisch TK machen oder ihr Schöpferbewusstsein nutzen. Ja. Also die sind natürlich die sind natürlich mit mir aufgewachsen und ja, haben jetzt auch keine Nöte oder Blockaden. Aber wenn es denen kommt, dann wissen sie auch, wie sie da vorgehen können. Ja, schön. Klasse. Ja, wunderbar. Wir verlinken dann auch alles zum TK unter dem Video und wenn der Zuschauer jetzt Lust bekommen hat, auch ein TK-Seminar zu besuchen und TK kann man bei dir beziehungsweise auch bei deinem Team lernen in Hohenfels am Bodensee oder auch in der Nähe von Fulda in Präsenz oder es gibt eben die ganzen Seminare dann auch online. Kann man dann in seinem eigenen Tempo durcharbeiten und hat ein bisschen mehr Zeit. Genau. Und die Intensiv-Seminare, und TK-3 auch bei mir in Kapstadt. Genau. Ja. Das ist die beste Lösung. Ja, genau. Genau. Ein schöner Grund, nach Kapstadt zu fliegen. Super. Ja, dann vielen lieben Dank für die super Einblicke in deine Arbeit. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Ich danke euch. Ich finde es ganz großartig, was ihr da macht mit diesem Kongress und danke, dass wir so ein breit gefächertes Gespräch führen konnten. Es waren schöne Fragen und ich freue mich, wenn es euch zu Hause auch inspiriert hat, hier oder da nochmal hinzuschauen. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du dabei warst. Also dann, liebe Grüße nach Kapstadt. Ciao. 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 Ciao.